Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von der Battle Royale heute mal im Solo unterwegs und die Runde war ja so eine schöne Solorunde mit einem echt komischen Start also der Start keine Ahnung was das war aber auf jeden Fall zeigt diese Solorunde auch mal wieder wie wichtig Materialien sind lasst auf jeden Fall mal jetzt schon mal ein Like da und ein Abo wenn ihr mich unterstützen wollt und ja viel Spaß mit der Runde habe ich erst neun Jahr so ist das sind wir jetzt im Soos Party Soos okay. Pleasant meine Heimat. Ha! Geil! Oh yeah und ich verkack in Fortnite wieder mal zehn jahre ok 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 wieder raus wie so ein Schwarm. Müssen wir nur noch ein paar Mal da reinfliegen und haben wir es geschafft eigentlich gehe ich mir jetzt mal voll Holz machen und ach man nee bitte nicht schon wieder. Ist da bin ich mir ne Kiste. Was war es mal wieder komplett? So da sind wir jetzt fast in Plänen und ey dieses schwule Portal Das sind immer die besten die einfach von irgendwo auf einen schießt und dann abfahren. Ey I love it. Als ob hier keine Leute waren. Als ob hier nicht gelootet wurde. Moa moa moa. What's nice. Oh du keggeisen? Oh du keggeis? Keggeis. Oder du keggeis? 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 Keppoch. Äh, äh! Guck mal, was du kannst, kann ich schon lange und nur, dass ich nicht so viel Aehrmund habe. Ach komm! Tschö mit Ö! Tschö mit V! Oh, boogiebomb. Weapon is too good. Aber guck mal, was schon viele Metzen... Ich weiß, ob ich dich nicht gesehen habe. Hä, ich habe doch gerade was gesehen, oder bin ich... Oh! ... 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 Weißt du, ich hatte keine Mets gehabt. Och, Mann. Das hätte ich denn machen sollen. Scheiße, Alter. Na gut, aber die Runde war okay. Sagen wir es mal so. Oh, der ist fuck so ab jetzt gerade. Irgendwas hätte der Runde... Nein. Woran hat es gelegen? Ja, Juhu, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Das fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Das hätte nicht gelegen. Nur weil ich kein Mets habe und komplett Lob bin. Wenn ich Mets hätte, hätte ich wahrscheinlich vielleicht noch gewonnen. Ich hätte aber manchmal einfach nicht schießen sollen. Das war ein bisschen dumm. Guck dir mal die Peitschen an, Alter. Bam. GG, Boys. Sieben Kills. Ich hatte fünf Kills. Ja, dann lasst ein Like, ein Abo und ein Abo. Und hör da rein. Ciao.